Moinibumsnudeln, was geht? Einzelchat! So, erstmal einen Schluck trinken. Wie geht's euch? Willkommen zum weiteren Video, hier auf meinem Zeckkanal, auf dieser DINCAL. Willkommen zur Reaction. Dias Biffel, lieben wir. Ja, ich weiß, ja, ich bin Fanboy, ja, du verschlickst deine Augen, Ed cheated, Giggiggiggiggiggigg. Schwanz im Arsch. Spaß. Nee, also, ähm, es gibt ja die Vorwürfe immer, ja, er hat an Ed cheated, wallhack, Magnetics und so weiter und so fort. Und ich habe auch schon auf das eine oder andere Cheetah-For-Wolf-Exposed-Video von ihm reagiert. Und ich dachte mir, ey, warum bin ich das schon früher drauf gekommen? Weil es gab ja schon eine Zeit vor dem PC. Also bevor er auf PC gespielt hat, und zwar auf Konsole. Wie jeder andere von uns auch. Auf Playstation 4. Und Surprise! Er war auch schon da ziemlich krass in dem Game. Wer hat dir denn das jetzt gedacht? Ja, Wahnsinn! Ist er vielleicht doch einfach nur gut in dem Spiel? Hm. Und ich hab lustigerweise noch ein Screenshot dann auch gesehen von J-God, wo er ein altes Scoreboard von Biffel hatte. Damals hatte Biffel eine 6,01er KD. Ihr seht es schon im Hintergrund. Das ist sehr, sehr alt. Und seine KD ist einfach gestiegen. Seitdem. Aber er hatte damals schon eine 6er KD. Er war damals schon mit Abstand der Beste. Wir haben Nick Merckx, Rip Hultz hier am Start. Booyah! Und Riffel war schon immer mit Abstand der Beste. Ja, wie jetzt? Wie? Der hackt doch! Er hat doch an! Du hast es raus aus Deutschland! Spaß! War Hass! Nee, aber um euch das nochmal zu erklären. Der Mann war schon immer krank und ich hab eh Bock auf ein altes Verdans Throwback-Video. Möchtest du mir was heute ansehen? Wenn es euch gefällt, lasst es positiv her, dann kostet das Abo da. Neue Leute, die mich jetzt das erste Mal hier gesehen haben, finden mich wahrscheinlich mies unsympathisch. Aber... Lasst mal ein Abo da, oder? Wer hab ich nicht zu sagen. Los geht's! Er hat da einfach schon 20 Kills. Casual. Kennt man auch von mir? Was das angeht. 80er-FUV. M4A1. Ich glaub, das war sogar vor dem Turnier mit Nick Merckx, wo er so richtig durch die Decke gegangen ist. Ich würd gern mal wissen, wie viel Zuschauer er zu dem Zeitpunkt hatte. C4 noch gespielt. Hardbeat. Ach, Verdansk. Verdansk, Verdansk. War dat geil, oder war dat geil? Sag ehrlich. MP5. Was war das? Grau gerade? Ne, M4. M4 und MP5. Ja, an. An merkt man direkt. Wie das Konsole. Geil. Immerhin gab's schon Plattensäcke. 23 Kills einfach. So, die waren einfach nicht notwendig, um die ins Video zu schneiden. So was find ich auch geil, ne? Ich sah das einfach mal bei 20 Kills. Irgendwann hab ich auch so ein krankes Gameplay. Unfassbares AIM. War nicht mehr mit Valkadi im 4 gespielt, sondern mit so einem Schmutz-Holo-Reflex-Visier. Das bockt gar nicht. Aber auch da war das Movement schon so krass einfach, ne? Boah, Junge. So stabile Shots. Insane. Na, ein kleiner Bunnyhop schon mitgenommen. Er hat schon Bunnyhops gemacht, da war ich gefühlt noch in der Schule. Oh mein Gott. Ey, wenn ich da schon wieder sehe, dass wenn da so ein Team oben kämpft, ne, dann dreh ich schon wieder durch. Was macht er denn da? Ja, Lobby nimmt man mit, ne? Bisher. Die Lobby nimmt man mit. Aber die ganzen alten Gameplays von Fortnite, so die ganzen, äh, ganzen kranken Kill-Gameplays, da haben die Leute ja auch nie zurückgeschossen, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Dann darf man es jetzt nicht mit einer heutigen Lobby vergleichen. Wenn du so eine Lobby heutzutage bekommen wirst, das gar nicht mehr hochladen. Mich würde echt mal interessieren, ob der ein oder andere, der ihm immer so Cheats vorwirft, jetzt so wirklich sagt, so, ach krass, echt, der war auf Konsole auch schon so krass. Ja, vielleicht ist er doch gar nicht am Cheaten. Oder ob er dann wirklich sagt, ja, Kronos, nein. Der hatte da, irgendwas haben die alle an. Das hätte ich nie vergessen, diesen Kommentar, ne? Dieser Kommentar. Ich zitiere, für mich haben die irgendwie alle was an. Das ist perfekt, oder? Für mich haben die irgendwie alle was an. Finde ich Wahnsinn. Ist das gar kein Live-Kommentary? Kann das sein? Muss ich das jetzt kommentieren? Das ist so eine Scheiße. Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe mich auch auf ein geiles Video eingestellt. Das Aim ist halt geistig. Das Aim ist halt wirklich geistig. Oh mein Gott. Digga, alleine diese Shots, ne? Ich kann es euch irgendwie auch nicht übel nehmen, wenn ihr denkt, dass er an hat. Schaut es mal an. Oh, Junge. Da hat es geknallt. Ich habe direkt im Kopf gehabt, er muss Stimmy usen. Das ist so eine nice Erinnerung gewesen. Keine Chance. Schönes Ding, Harry. 30 Kills. Casual. Das ist auch so geil irgendwie, ne? Also, diese Hacker-Thematik hattest du da ja gar nicht. Erst als die ersten auf PC gewechselt sind, war das ein Thema für dich. Das ist auch interessant irgendwie, ne? Worüber haben wir den ganzen Tag geredet damals? Als noch keiner auf dem PC war? Hast du nicht nach jedem Gunfire gedacht? Sas? Hat der an oder so? Das fällt mir jetzt gerade erst so irgendwie ein. So wisst ihr, was ich meine? Weiß ich, Kids. Das ist so krank. Eine 6er KD. Kennst du? Also, dann sagst du so, ja, der hat eine 6er KD und dann schreien so Leute in die Chat, ja, aber KD sagt nicht alles aus. Oh, Mann, ey. Bei einer 6er KD würde ich sagen, joa. Ein bisschen above average. Above average. Ach, Train Station. Bin ich immer nur gelandet, wenn ich richtig abgefuckt war, ne? Als wenn ich wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Öh. Bro, da wird einem schlecht bei dem FUB, ne? Kannst du nichts sagen. Er hat auf seiner Uhr einfach 29 Kills stehen, aber oben rechts 30. Any explanations? Das ist halt so stark, ne? Ich finde auch so, auch wenn das jetzt eine geile Lobby war, ist es trotzdem sehr nice anzusehen, weil man da halt direkt sieht, das ist schon immer ein extrem krankes Aim hat er, actually. Fuck hinter ihm. Und ich bin gespannt, wie viele Zuschauer er am Ende hat. Ich sag 12. 12 Leute werden ihm am Ende zuschauen. Kontakt. Wie verpixelt die Minimap auch erst oben links? Das ist so schön. Das ist so schön. Ich bin komplett verpixelt einfach. Man erkennt so nichts. Oh, oh, oh. 31. Geht sowas überhaupt noch zu den Caldera-Lobbys? Die sind immer so schnell tot. Jetzt tut er wieder so, als würde er den Gegner nicht sehen. Aber er weiß ja mit seinem Wallhack genau Bescheid. Ah, Nervensammo. War das eine geile Map, ne? Ich schau mich so gerne als Gameplay an. Einfach so einfach, ne? Aber nicht ständig alle 10 Meter an Busch. Oder ein Baum. Points of Interest einfach, ne? Viele Häuser. Nicht so weitläufig. Hochhäuser auch. Weißt du, auf Caldera hast du wirklich auch nur Capital, glaube ich, als Hochhaus, ne? Aber viele finden das ja auch irgendwie nice, tatsächlich. Viele gehört die... Schon... Öfter gehört, dass Leute das nice finden, dass man nicht immer mit einem Treppenhaus fightet und Amos das auswählt irgendwie. Deine Shots sind brutal. Wirklich sehr, sehr, sehr strong. Schon mal fast fast strong. 33 Kills. Einmal hatte ich, glaube ich, 34 Kills. Einmal. Den Buyback auf. Wann ist es? Vom Mai. Mai 2020. Zwei Monate nach Release. Oh, shit. Ah, nee. War ne gute Zeit. War ne wirklich gute Zeit. Doch ich hatte, weiß ich nicht, Mai. Knapp 100 Zuschauer oder so. Ah. Verrückt. Verrückt, verrückt. Ich finde, an den Anfang hätte der schon mit reinschneiden können, oder? Ich sagte, ich bin schon ein bisschen interessiert. Early Game ist... Ich finde Early Game auch echt immer mega, mega nice. Er läuft da so gierig rein, ne? Ich wäre... Ich würde... Ich würde ständig sterben. Und diese Fights hier in den... In den... In den Treppenhäusern habe ich da auch so geliebt, ne? Ja, man hatte nie Aim-Assist durch diese Geländer, aber... Wie geil war das immer? So schön Movement-Hitten. Und jetzt das Gefühl. Schön... Na, von hinten. Ja! 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 Und die checken gar nix! Oh! Ja, weiß ich nicht! Von unten bist du besoffen, hä? Die sind auf der anderen Seite einfach. Das ist ja ein kompletter Quatsch. Ne, ich habe auch ein Zelt in der Hose. Ach, diese... Die Laufwege, die man hinten konnte, ne? Da konntest du drauf und dann konntest du auf das Dach springen und dann... Also auf das Vordach und dann ins Fenster rein. Wird ein bisschen knapp mit zwölf Spectatorn, actually. Es ist den Leuten einfach egal, dass der 41 Kills macht. Es war einfach egal. Ja, gut. Aber wenn ich das hier auch sehe, wie oft da oben ein Team war, ne? War Fluch und Segen, warum weiß ich es nicht vor, ne? Gab schon Momente, die bodenlos abgefuckt haben. Stark. Stark, stark, stark. Uuuuh. Autsch! Da hat's auch wieder geknallt, ey. Jo, wie laut war das? Wie laut war's? Save Revive. Fuck. Oh, C4. Oh, C4. Oh, wow. Holy... Holy cow. Wie so family-friendly Streamer dann sagen. Holy shot. Irgendwann, das ist so nice. Das ist auch schon Spaß, so zu sehen. Kann keiner was sagen, wirklich. Casual 46 Kills. Jetzt müssen die viele Leute liegen gerade zu... Das sind auch rausgegangen. Jetzt hat zwei Leute schauen ihm zu. Gut. War das ne geile Zeit, hör mal. Das war so nice. Das war doch die Zeit, wo Verlags mir so geisteskranke Rekorde aufgestellt hat. Das ist auch krank, ne? Wenn man mal so überlegt. Öh? Hallo? Ohne Down gehen. Wollt ihr zu viel? Das, äh... Ja, ganz am Anfang. Felix nicht nur größer als ich, sondern auch deutlich größer als Chris war, ne? Mit seinen, mit Felix, mit den ganzen Weltrekorden von ihm. Welt, Weltrekorden. Weltrekorden. Das ist noch mal spannend, actually. Wenn man meint. Die choken jetzt am Ende ein bisschen. Was darfst du denn? Ach, ne? Gelannsinn. Ich bin mir richtig über den Haufen geschossen. Das war echt ein schlechtes AIM, actually. Da wir das so komplette Idioten sind. Was ich wie ein Puls hätte, ne? Ich muss mir das gleich vorstellen. Was ich ein Puls hätte. Scheiße. Das haben wir so noch bekommen. War wichtig. Stark. 49 geht's. Alles gut. Wie hat der denn 54 gemacht? Was? Ah, ja. Nee, aber geht ja trotzdem nicht. Was ist denn? Was ist denn? Nee. Oh, fu. Nein, einer mit Schild. Nervenzusammuch. Böse. Böse, böse, böse. C4. Woop. Oh my God. 54 kills ist einfach falsch gewesen. 52 kills, bro. Krank. Wer da ans Haus, bitte. Ja, ey. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei der Reaction. Ich hoffe ihr auch. Ja. Komplett krank. Ja, also tatsächlich war Biffel damals schon. Auf der Konsole. Am Cheaten. Ein Spaß. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Ich küss euer Herz. Ciao, ciao. Ich könnte zählen in einem Loft in Berlin. Für meinen Job hätte ich mir längst verdient. In einem Loch könnte ich alles verlieren.